Die PS5 gibt es gerade zum günstigsten Preis aller Zeiten. Hallo, Fitus hier von HiFi.de. Eigentlich kümmere ich mich ja nur um die besten Deals für Fernseher, Soundbars, Kopfhörer und Co. Aber ich wurde ja auch schon nach den besten Angeboten für Konsolen gefragt und deswegen will ich mir kurz die Zeit nehmen, weil das einfach ein verdammt guter Deal ist. Gerade bekommt man nämlich die PS5 Slim Digital Edition für 349 Euro. Und das ist eben der günstigste Preis aller Zeiten. Die Variante mit Laufwerk, die gibt es für 100 Euro mehr. Und wenn man schnell ist, dann kann man auch das Cobalt Star Bundle holen, wo eben jeweils neben der PlayStation 5 noch zahlreiche kosmetische Gegenstände für Fortnite und sogar noch 1000 V-Bucks dabei sind. Wenn du also eine PlayStation kaufen willst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, also schlag am besten direkt zu. Alle Links findest du in der Videobeschreibung oder natürlich auch direkt auf HiFi.de. Es sind auch eine ganze Reihe an Spielen im Angebot, die verlinke ich auch in der Beschreibung. Und wenn ihr nach was anderem sucht oder noch Fragen habt, stellt diese einfach in den Kommentaren oder natürlich im nächsten Livestream. Und da braucht es die Drin der Zart kita, die wir natürlich auch in der Videobeschreibung im Angebot haben. Und da braucht es die Technologie, die wir mit der Zartichte nicht, ähm. Vielen Dank.